Ein Legastheniker ist leicht erklärt, für den ist links-rechts und rechts-links verkehrt. Welchen Beruf üben diese Menschen aus? Die meisten arbeiten im Krankenhaus. Liefern sie dich dort ein mit einem Nierenstein, wird deine Chance 50-50 sein. Das Richtige erwischen im Spital, wenn nicht, dann operieren's halt noch einmal. Überlebst du des Dubl, bitte kein Nörgelei, weil das Richtige Nieren dann war sicher dabei. Außerdem könntest mit einem Rabatt auch noch prallen, du kriegst zwei OPs und musst nur eine zahlen. Da wird einem halt Angst und pack. Den Wüld steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Den Wüld steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Den Wüld steht auf keinen Fall mehr lang. Einen Einlauf noch, bitte. Mein Arzt hat gesagt, ich soll jetzt gesünder leben, sonst kann ich nimmer viele Flaschen heben. Das Laufen ist das Beste, hat er gesagt. Nur nicht so schnell, sonst gibt's einen Herzinfarkt. Doch frische Luft ist bei mir nicht beliebt. Ich hab gehört, dass da ein Laufhaus gibt. Die sind aufs Laufen spezialisiert. Dort werde ich professionell trainiert. Doch das war gar kein Fitnessclub, wie man es sonst kennt. Am Laufbandl ist dort kein einziger Grenn. Dort siehst nur die Männer von Frau zu Frau gehen. Einen Herzinfarkt kriegen die dort höchstens vom Stehen. Na, da wird ja mehr Angst und pack. Den Wüld steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Den Wüld steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Den Wüld steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Den Wüld steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Haben wir vielleicht noch einen einlaufen? Einen Arm nur noch. Heutzutag verlierst du dein Gesicht. Erscheint dein Name drin im Facebook nicht. Twitter wird gerade noch toleriert, doch mir ist lieber, wenn was zwitschert wird. Für tausend Leute ist meine Wohnung zu klein, wie lad ich die zu meinem Geburtsdruck ein? Die zu verköstigen wird ziemlich schwer, die saufen mir meinen ganzen Keller leer. Mit Computermenüs find ich mich nicht zurecht, wenn so viel Fenster raufgehen, nachher wird mir schon schlecht. Doch bevor ich durchgoogln die Computerwelt check, geh lieber was googeln zum Wirtn umsehen. Geh mal! Danke, danke! Da wird dann heut Angst und Bank. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Auf keinen Fall! Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Ja, ich bin müde. Ja! Vielen Dank.